hallo und herzlich willkommen zuerst bei skyrieme wir sind hier immer noch in der wunderschönen höhle ich weiß gar nicht wie er ist was falsches aufgenommen weil ich mich bewegt habe auch sorry dreht durch die schulter es war wie heißt sie eigentlich frosthau krypter genau ich habe jetzt auch mal die quest von hier aktiviert damit ich hier nicht blind durch die gegenlaufe da ist eine spitze da drin die ich nicht brauche oh nee soll ich leuchten doch aber hier ist nichts zum abbauen ne schade eigentlich ouch das war ekelhaft aber irgendwo hier wird abgegraben leere truhe wieder verarschen dafür habe ich nicht unterschrieben immer unterschrieben für volle truhen kein da bitte da war schon das erste ziel irgendwann zur ruhe was war das ach das war gar nicht wenn der da versprochen wird dann kann ich erstmal wieder die richtung gehen woher hat denn die richtung gebraben hier dann können wir gucken woher hat der denn abgegraben Okay, besonders. Mehr hat er jetzt nicht abgebaut. Dann gehe ich mal davon aus, dass es nichts bringt. Und dann gehe ich mal davon aus, dass es nichts bringt, die auf Fein zu machen oder weiter aufzuwirken. Was war das? Frosthauch? Irgendwas? Huch. Typ. Der ist mit dem Leben, der sich beklangt. Endlich ist jemand hier. Ich... Die Katze... Rajia hat mich überfallen. Er will sich sein Schwert zurückholen. Ich kann nicht. Oh Gott. Ah gut. Rest in peace oder so eigentlich. Ich bin nicht hier gelandet. Wo ist das hier so heftig grau? Ich weiß nicht, ob die böse Ruht sind. Ich speichere euch mal. Ja. 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 Ich sehe sie gar nicht mehr. Leute! Ja. Ich habe sie jetzt erledigt, aber wo liegt sie jetzt? Hier ist ein Asch. Magisch ist ein Eintuch. Das habe ich noch nie eingesammelt. Aber das ist die... Oh, guck mal. Der Baum wächst aus der Luft heraus. Was ist mit dir? Das hatte ich wohl erledigt. So. Okay. Irgendwie macht das gar nichts. Wie leidet der mein Auftrag? Achso. Ähm. Ja. Ich bin hier. Ich finde das gestullene Schwert. Geht nicht zu weit voraus. Oh. Oh. Ist das jetzt verbuggt, oder was? Nur kurz auf vier. So. Okay. Licht bringt gar nichts. Das macht es eher schlimmer. Weil es ja eigentlich schon so schwarz-weiß ist. Das ist schon wieder scheiße, weil da, wo der mir die Anzeige ist, ist das spät natürlich nicht. Oh, komm. Ich bin jetzt sicher. Ich bin jetzt sicher. Ich bin jetzt sicher. ich bin direkt hinter euch schwert ist doch hier weißt du wenn ich hier hinliege welcher dreckige barbar wirft seinen müll einfach auf den boden ich weiß wo es das jetzt sind das ist doch die bleiche klinge oder nicht ich fürchte ich muss nur kurz neu laden wir laden nochmal in neu das ist 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 nicht mehr draußen haben. Wir haben nämlich alles geklärt. Eigentlich haben wir die Höhle abgeschlossen. Ja, sagt er auch. Ich habe das Schwert auch eigentlich genommen. Keine Ahnung warum der jetzt immer noch anzeigt, dass das Schwert hier sein soll. Fehlinformationen, Fake News. Jo, ein schöner Kol. Und was braucht ihr? Boah, hell. So. Jetzt mache ich die Quest erst mal wieder raus. Ich habe die Quest angenommen, also mache ich die Quest auch. Die sind ja verbroren, die Körper. Okay, was ist denn das, dass es diesen Effekt auch noch gibt? An dieser Welt von Skyrimand. So, ich muss jetzt irgendwie am Berg rum. Ah, okay. Verstehe, ja. Deswegen ist es richtig, dass ich in die Richtung weiter gehe. Alles klar. Dann laufen wir mal weiter. Irgendwas Mammut-Dingens. Mammutlager hätte ich fast gesagt. Komm, damit das aufgedeckt ist. Bisschen ruckelig gerade. Gut, hat er schnell wieder weg. Bevor die sauer werden hier. Die will man sich nicht anlegen. Die sind noch ein bisschen zu stark. Außerdem tun sie eigentlich nichts. Sie tun nur was, wenn sie sich angegriffen fühlen. Beziehungsweise wir tot fühlen. Wenn ich sie nicht angreife, greifen sie mich auch nicht an. Ganz einfache Sache. So, jetzt haben wir da noch ein Haus. Da gehe ich mal hin. Oh. Ein zerstörtes Haus. Da hat irgendwas nicht richtig geladen. Okay. Bechter von Ständer. Wie. Oh, was ist denn hier passiert? Das ist eben gesetzt im Haus. Hier staubt mich. Moment. Ich weiß nicht noch, dass ich das irgendwann brauche. Ein Todeshund. Ein junger Vampir. Eine von Ständer. Woher bin ich denn? Bukadeda. Was hatten die hier gemacht? Sauerkrank ist ja ein kranker Teil. Keine Ahnung. Wo ist das schon? Ein Tresur, der natürlich leer ist. Alter, was? Ich bin voll gefreut, dass so ein Tresur ist. Okay. Aber komischer Grafikfehler hiermit. Da ist ein Hund. So. Gehen wir unten weiter. Ja. So. Ich hoffe, dass ich diesen Grafikfehler nächstes Jahr auch finden würde. Werde. Also mal gucken, was mit dem Mods nicht richtig ist. Möglicherweise sind da zwei Mods dabei, die sich irgendwie beißen. So. Da war ich schon mal drinnen. Greifen die mich an? Sind die böse zu mir? Scheinmal nicht. Ah, da ist ein Sturmmittel wieder. Ah, Festung Dunstert. Ja genau. Die haben sie eingenommen gehabt. Nachdem ich sie gecleared habe. Boah, ich muss aber andersrum. Nachdem ich die gecleared habe, haben die sie einfach eingenommen. Die Affen. Marschiert weiter. Ja, ich bin dann unterwegs, Mann. Es ist mir in Ruhe. Es ist noch eine Höhle. Gehe ich da mal hin. Ja. Gehe ich da mal hin. Gehe ich da mal hin. Gehe ich da mal hin in die Richtung. Ich hoffe, die ist nicht so weit weg. Aber ich glaube, von hier ist erreich ich sie nicht. Nö. Egal. Ich werde bestimmt irgendwann nochmal drauf stoßen. Aber ich muss ja erst mit ihm durch. Ah ne. Gehe der dann vorbei. Okay. Das ist nur so ein Wächter. Warte, wie aggressiv die sind, Mann. Ich habe dir nichts getan. Was ist das denn für ein Wunder? Achso, eine wieder. Ich habe dir nichts getan, weißt du. Die machen da so einen Aufriss. Waffen die. So. Alter, viel zu viele Sachen, die ich noch nicht aufgedeckt habe. Die Höhle war irgendwo. In die Richtung. Weil es kann auch sein, dass es hier oben irgendwo ist oder so. Ja, man weiß es halt nicht. Was stehen wir jetzt noch weiter. Den wunderschönen Weg. Und gehen wir in die Richtung. Das kommt mir näher. Das sehe ich doch gerade. Oh, ich habe Janessa getroffen. Ich habe den letzten Schuss. Da habe ich dann Janessa getroffen müssen, überhaupt. Ach da. Lüüü. Ich habe mich noch in der Richtung. Ich bin mal in der Richtung. Ich kann mich noch in der Richtung anlegen. Ich habe mich noch in der Richtung. Und kein Problem. stromschläge haben das noch zucken lassen so das leben krass oder auch nicht hier was ist das hier ich hab mir nicht viel gesehen zu haben so wirklich wie schlecht man in der scheiß visite alter gut dass ich die habe scheinbar ganz kenn ich mir mal, werde ich mir schon geheilt so was habe ich hier noch? nix nur ein kopfleck wo wollte ich jetzt hin? immer gesagt so ein bisschen querfährt ein dann sieht man bestimmt was ich will jetzt dass der hinten noch nicht kommt einfach nur weil ich es kann und da ist auch noch was alter verflogen sei meine decke reichtum decke reichtum was laber ich doch egal an ein decker neugier das war er ja ungeschöne schneegebiet hier na was könnte das da sein ok schleier ein entdeckt schleier ein entdeckt wu wir sind manchmal echt viel zu schnell wisst ihr das weisst wie ich euch nenne? meine goldene armee alter sieht so cool aus zwei klicken saft ich will nicht wissen genau was das ist das ist das ding genau ganz ehrlich etwas gesehen das war's mit du mein freund schlaf gut kleiner bär hier kommt der logo schwester diese frau liebt feuer kann er sein ich habe nur gesehen level 30 und wollte erstmal schnell wieder nach hinten da ist ein kiesle aber sonst ist hier wirklich nix ne mysteriös ein auge das ist wieder was für takota schworene bohren steinhot hier ist wohl ja nichts bisschen weiß ich guck mal kurz alles sachen die man kaputt machen kann ja das war die höhle die habe ich wahrscheinlich jetzt auch abgeschlossen ein traum nice hat ja so ein bisschen angst vor dir hier weil der level 30 ist aber meine leute haben schon gehegelt ja mir hat die echt damage gemacht der kotter musste mich zweimal heilen so die richtung muss ich alter dieser knall gerade gehört ja aber zur musik ein bisschen erschrocken ich bin tatsächlich ein bisschen erschrocken da ich gebe dir schon mal oh gott was soll ich nehmen ich gebe schon mal die zauberstäbe dann mal los frostgift jetzt noch so viel viel zu viel zu entdecken ein bisschen mammut ja ja ich bin schon weg manny wollte mich nicht bei sich haben ich bin traurig ich habe es leider jetzt auch nicht entdeckt was auch nicht so wild ist wenn ich ehrlich bin das muss eigentlich auf der karte jetzt aber sein ne dann ist das eigentlich unwichtig wahrscheinlich ich glaube hier kommen wir nicht hoch verdammt ich ich musste mich außenrum das ist quasi hierhin wieder zurück die richtung muss ich eher diesmal manny wieder vorbei tut mir leid Aber was wollt ihr mit Geld und Pfeilen, dann könnt ihr ja gar nichts anfangen. Aber da waren wir wahrscheinlich auch verkaufen, ne? Na scheiß drauf. Das war's für euch. Das war's für euch. Das war's für euch. So, ja, das war ein Eistroll, da ist die Höhle, aber ich will nicht so viel Umwege gehen jetzt. Ich gehe jetzt erstmal hier hin. Mal speichern, dass ich den Eistrei liegt habe. Ja, und das ist eine ganz komische Sache. Ich hoffe, dass wir uns das dann gar nicht entdeckt. Ich weiß. Du standst nicht auf der Seite, du standst da irgendwie direkt vor mir. Ich sehe den Gegner dort nicht. Okay. Oh, guck mal, die kuscheln. Ein Ort und eine Katze kuscheln. Ei derer Käse. Okay, jetzt die Frage. Ich kann mal, was das gerade war. Okay. Da ist Futter. Kannst du dich nehmen? Ich fliege mal hin. um was warmes bier sagt ihr ekelhaft ihr seid echt ekelhaft hauptsache die haben biererhitzt im echten fall ein geld brüttelt das war ja klar und ich habe schon überlänger gemacht sich gerade das bleibt dass wir jetzt mit dieser folge wir sind in der nächsten folge